Walla Walla, ja du mich auch. Wacker Wacker, ey. Walla 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 Walla. Nein, 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 nein. Ihr seid alle hässlich, alle alle hässlich. Na, 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 na. Meine Tür liegt da. Hey Leute, wollt ihr mit uns Auto fahren? Wir sind immer wieder, Let's do it together mit Watch Dogs Folge 31. Ich bin auch wieder am Start. Ja, erst wieder da. Boom, gut, dass du mich wegbricht. Nach einer Woche nicht zocken, das merkt man gar nicht. Nee, nee. Meine Autos gibt's hier. Bist du ein Auto fährst oder was? Du bist vorbeigefahren. Nein, du musst mal hinten auf die Brücke. Ich nehme alles mit, was nicht nid- und nagelfest ist. Ihr seht, unser Auto ist noch vollkommen in Ordnung, weil wir wollten eigentlich mal gucken, wie viel das aushält. Also, es hält auf jeden Fall drei Dampfrohre aus. Vielleicht noch ein viertes? Nö, steck aus, steck aus, steck aus, steck aus. Renn weg, renn weg, renn weg. Was ist passiert? Okay, Leute, nachdem das Spiel gerade einmal rausge-minimaliert, getappt ist, gehst du jetzt noch weiter? Hol dir mal ein neues Auto. Wir müssen ja irgendwie auf die Insel drauf. Das kriegen wir auch, glaube ich, zu Fuß hin. Oder? Ja, fragst du nur, ob hier irgend... Geh erstmal hier hin. Geh mal wieder auf die Karte. Geh mal auf die Karte. Guck mal hier. Geh mal da ran. Da ran. Das sieht so aus, als könnten da Boote sein. Okay, dann gehen wir da hin und dann machen wir ganz kurz... Mal das Auto holen. Gehen wir mal ganz kurz hier. Okay. Musst einmal irgendwie so ein bisschen wegrennen, ist nicht so weit. Das ist natürlich gleich mit Action und dann bin ich halb am Stern und dann schmiert das alles hier ab und... Ja. Ja. Also es ist ja nicht wirklich abgeschmiert, aber er ist einfach rausgetapft, warum auch immer. Nimm das Auto da. Oh geil. Aber versuch nochmal, ob du das jetzt kannst. Ach, wir nehmen einfach das Auto, ist mir scheißegal. Aber ich rufe da nicht die Polizei. Das wäre das hern Scheiße. Sonst müsstest du super schnell einen Jamcom aktivieren. Wir sind übrigens im Stadtviertel Pawnee, oder? Ja, da wo wir mit Laura... Laura? Laura hieß sie auch, oder? Ich weiß es nicht. Also ich kann es dir nicht sagen. Laura, ja doch. Nein, Lara. Lara, oder? Wir wollen unsere Nichte hinfahren und dann die bösen Menschen kommen. Aber wir steigen jetzt einfach mal hier aus. Anstatt da mit dem Auto rauszufahren, Junge. Ja, das ist ein Boot, das ist super. Oh, der vom 1. Ja, das mache ich schon. Am besten heißt es, was auch schon im Wasser ist. Da hinten doch. Da springt so viel dabei. Okay. Ja, deine geile... Warte, nein, 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 du hast gleich... Oh! Was denn? Du hast in der Hose gepinkelt. Ja, und? Darf ich das nicht? Also ich darf das. Ich nicht. Ich habe mir meine Mama verboten. So, nehmen wir uns das. Und dann drüber auch... Haben wir die Mission auch schon gleich angenommen? Ja. Ach so, B. B. Dann kannst du losgehen. Wenn du Glück hast, ist da irgendwo eine Kamera. Okay, es ist die TOS, also es wird eine Kamera sein, aber trotzdem. So, die haben wir kacken, da ist ein Teil, Mann. Ähm... Du musst ja erstmal... Erstmal musst du jetzt hier eine Wache mit dem Zugangscode finden. Was am besten, ja wie gesagt, mit einer Kamera funktioniert. Fangen wir mal um die Insel rum, vielleicht findest du ja irgendwo eine Kamera. Ich habe es jetzt noch keine gesehen. Okay. Fangen wir einfach mal rum. Fangen wir einfach mal hier so rum. Sonst musst du halt auch für lauter Art rein. Ja. Ich denke mal hier von hinten irgendwie. Ja. Weil hier sind die meisten und dann wird es wahrscheinlich... Die wenigsten. Beine sind die meisten. So. Ja. Ich steige einfach mal aus. Ja, Boot auf jeden Fall da lassen. Falls du irgendwie flüchten musst. Oh, hei. So. Und runter. Boah, das arme Handy ist doch bestimmt nicht wasserdicht. Doch, das ist wasserdicht. Geh mal jetzt zu dem Punkt hin. Da musst du jetzt erst, glaub ich, hin. Dann gehen wir hier. Ja, du bist ja auch so ein Sperrgebiet, Junge. Und dann haben wir das gemacht. Minium. Und dann müssen wir trotzdem den noch lokalisieren. Und ich wechsle jetzt einfach mal hier irgendwie zu. Maus und Tastatur. Maus und Tastatur, weil es ja mit Schusswechseln zu tun hat. Ja. Nein. Warte, nimm das damit hin. Nimm das damit, komm mal gebrochen. Was denn das? Das wird da gerade noch so. Okay. Okay, den da. Mach mit der Schallgelümpften oder geh ran. Öh. Mach mit der Schallgelümpften. Wie kann ich den Waffen auswählen? Ich mach da jetzt mal. Mit Tapp immer noch. Achso, mit Tapp. Höch hoch. Mit der Maus hoch. Achso. Achso. Eigentlich kannst du nicht mit dem Spiel umgehen oder was. Einfach nach oben so. Hast du so. Dass er mich nicht gesehen hat. Ja. Hast du überprüft, ob der eventuell Kurz hat? Ja. Nein, das ist doof. Ja, ist es. Also für diesen Schuss, ne, brauchst du ja echt keinen Fokus. Ne, brauchst du ja nicht. Aber wie kann ich mich denn hinhocken? Wie hinhocken? Hinhocken. Also irgendwo. Achso, mit C geht das. Mit C, ja. Der hat noch Geld, der hat noch Geld, der hat noch Geld. Ja, scheiß auf Geld. Okay. 113, ja. Das ist doch gar nichts. Es ist Geld. Okay, geh mal hier hin. Und. Ja, Handy. Kann man auch so vibrieren. Gibt es keinen Vibrator. Okay, da steht gleich einer. Da steht er. Eine Elite. Musst ein Headshot machen. Pass dich auf. Hier ist es zu spät. Boah, ja. Aber muss gehen in Deckung. Ja, super. Du nicht schießen kannst, ne? Ich hab den doch mehrmals in Header gegeben, du Vogel. Ne, anscheinend ja nicht. Boah. Deiner Arsch. Okay, da ist er. Super. So, da ist noch einer. Was? Oh, wo? Komm, son weg. Nein. Oh, weg. Oh, dieser Fokus, ne? Ja. Oh, los. Jetzt üben wir aber nochmal. Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab ein... Super. Nein. Wurde gerufen. Das ist doof, Joschi. Das ist doof. Ja, das ist ein bisschen blöd. Kommt einer runter? Ja, der hat einen. Hack den. Mache, ich hab den. Haben wir das schon mal so... Haben wir das schon mal? So. Nein! Wollen wir uns denn mal abwechseln? Ja, können wir mal machen. Gut. Dann geht das noch ein bisschen hier ein. Genau. Das wird flott. Können wir auch mal gewinnen. Ja. Ja. Ich sag ja nur, diese eine Mission, wo wir 10.000 Jahre fücken brachten und wer hat sie gemacht? Genau. Der Schweizer. Ja, das war... Ich war zu weit weg, deswegen und dann... Deswegen konnte ich dem keinen Header mehr geben. Also ich hab ihm meinen Header gegeben, aber der ist halt nicht gestorben. Schnapp halt gar nicht. Angeber. Schnapp halt gar nicht. Okay. Lass mich snappern, wie ich will. Aber Waffen wechseln kann man auch mit dem Mausrad, oder? Ja. Kann man in der Tat. Boah, hammer das, Mann. Wie viel der auch aushält. Ja. Zehn Schüsse in den Rücken. Und bei der E-Mission, den einen in den Arsch und tot war er, ne? Echt? Ja. Also, hm. Oder oben ist wahrscheinlich mehr, ne? Mir gleich links. Ja, ich seh's ja. Ja, weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, hab ich. Das ist die Frage. Hey, Lord, das hab ich mitbekommen. So. Der ist hin. Ja, jetzt kenn ich, dass er von hinten kommt, sagst du. Ne, mach dir mit der Sniper. Die ist gar nicht, die ist ziemlich laut. Ist mir egal. Das ist ne Goblin, oder so, stand da. Ne was? Goblin. Goblin? Kannst du mitnehmen, oder was? Goblin, du mitnehmen. Ja, da lag ne Waffe. Und deswegen Goblin. Genau. Hab ich doch richtig. Goblin. Ah, fraggestellte Goblin. Oh. Okay. Backups. Okay. Ja. So geht das, mein Lieber, so geht das. Ja. Oh, pass auf. Oh, in your face. Ja. Einfach kann das gehen, Yoshi. Nimm mal dein Kabel weg, das nervt. Alter, nicht rum. Schlecht, aber. Boah. Ja, ist der Mann. Okay, komm gleich hier, Anna. Okay. Du regenerierst auf jeden Fall schnell. Nein, du... Boah, scheiße. Boah. Oh, ist ja auch noch nicht, dass er das kann, aber gut. So. Ja, weiter. Das ist eine Kamera. Du bist auf jeden Fall erstmal außerhalb des Spielgebiets. Ja, aber nicht mehr lange. Wollen wir noch mal hacken? Genau, kann man ja immer mal gebrauchen. Und generell müssen wir jetzt eigentlich nur noch schneller sein als die Verstärkung, dann ist alles gut. Haben die Versteckung gerufen? Ja. Gerufen. Die Fingerschwitzen sind scheiße. Eindring mal ein. Geh mal den Kontrollen, ja? Okay. Ja. So. Ähm, 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 wo brauchen wir hin? Da hin. Hä? Wollen wir von da? Und von da war es noch. Das musst du so drin. Ja, genau. Nein, so? Nein. So? Und da unten ist. War schon richtig. Und da unten. So, haben wir den hier. So. Das Ganze jetzt so drin. Machen wir von da ein. So. Machen wir von da. Und den musst du noch. Haben wir ihn. Mann, perfekt. So schnell kann das gehen. Und wann war das immer dreimal? Heckentum ist jetzt nicht alles, ne? Ich weiß noch nicht, was das bringt, aber... Ja. Können wir einfach mal machen. Porni freigeschaltet. Ja, haben wir denn eigentlich schon... Eigentlich alles, oder? Weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Jetzt würde ich mal sagen, muss man noch... So muss man entkommen. Irgendeine Verstärkung und so. E-Mission haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Ja. Also den Teil. Kenny. Warum er Kenny ist? Ich war die letzten Folge nicht da. Ja, ähm, das ist der Whistleblower. Kenny Blow my Whistlebaby. Sorry. Ähm, kann ich nicht mehr? Oder ist Verstärkung? Mit deinem Boot holen? Bist du? Okay, ne. Geh mal auf da hin. Lass meine Verstärkung mal Verstärkung sein. Ich weiß nicht, machen wir eine etwas kürzere Folge, oder was machen wir jetzt? Ja, eine etwas kürzere Folge. Muss halt auch mal sein, Leute. Und... Wir haben eine ganze Mission geschafft, das ist schon ganz gut. Auch wenn es nur in C2S freigegangen war. Es ist eine ganze Mission. Und wir machen uns dann auf den Weg zur nächsten, äh, Folge und auch zum nächsten, äh, zum nächsten Kampagnenpunkt. Zum nächsten Kampagnenpunkt, so, äh, Hoffnung auf ein Trauer-Spiel. Und... Dann sehen wir uns demnächst wieder. Also, genau gesagt, morgen und bis dann. In der nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.